Programme schneller starten mit Tastenkombinationen Ist es Ihnen manchmal nicht auch zu umständlich, Programme erst zu suchen und dann mit einem Doppelklick zu starten? Windows 7 bietet Ihnen eine komfortablere Lösung, Tastenkombinationen. Öffnen Sie das Windows Startmenü und wählen Sie Alle Programme. Dort entscheiden Sie sich für eine beliebige Anwendung. Klicken Sie nun mit der rechten Maustaste auf den Eintrag und wählen Sie Eigenschaften aus. Im Register Verknüpfung finden Sie unter anderem das Feld Tastenkombinationen. Markieren Sie es und drücken Sie die gewünschte Tastenkombination. Bedenken Sie, nur STRG plus ALT oder STRG plus SHIFT lassen sich mit einer Taste Ihrer Wahl kombinieren. Bestätigen Sie mit Übernehmen und Fortsetzen. Probieren Sie es doch gleich aus. Drücken Sie die zuvor gewählte Tastenkombination. Die zugeordnete Anwendung wird gestartet.